So, da sind wir wieder. Genug Pause gehabt. Jetzt geht's raus aus dieser Dreckmine. Irgendwie keine Gegner gerade. Null. Da ist wieder eine Wand. Oh ne, die sieht nicht so aus. Will ich dort stehen? Ja. 244. Wahnsinn. Löschen? Das gefällt mir nicht, die Attacke. Was macht die? Töten, glaube ich. Oder glaub Magie. Vergiss Attacken. Na, wo sind wir denn, Alter? Ich bitte dich. Wir schnüffeln erstmal hier alles durch. Was hier so noch alles ist und so. Da, 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 da. Ekel her. Ekel her. Ekel her. Irgendwas war sein, hallo? Du konntest doch die ganze Zeit verlaufen, obwohl ihr nichts ist, Mannes. Was soll das? Scheiß Mine. Oh mein Gott. Wiedersehen. Ja, so ein bisschen Zeit sparen. Es ging nicht ums los, genügend Zeit sparen. Ich hab keinen Bock auf Verwirrung. Nie wieder Bock auf Verwirrung eigentlich. Ähm. Ja. Nee. Er darf mit dem Barbaren in der Hand niemals verwirrt sein. Oh, komm schon. Jetzt krieg ich euch das schlau genug, um das zu lernen. Oh, komm schon. 132 es geht, ja. Die AP geht auf jeden Fall. Natürlich, voll in die Ecke gedrängt. Die nerven irgendwie. Nein! Ja! Dann noch getötet, moha! Hecron gefunden, uh! Was denn hier schön ist? Hier ist ja nischt. Oh ne, komm. Hm. Ja, natürlich. Dann lohnt es sich. Ah, wow. Noch eins, Aschloch, los. Oh mein Gott, die nerven. Ja, natürlich. Und du enttäuscht dich langsam. Und ja, du hast recht. Nein. Nein. Nicht schlagen. Ich möchte gerne den anderen schlagen. Ja, perfekt. Wie auch immer er das gemacht hat. Was soll ich denn? Ja. Mysteriös. Kann man hier schön ist. Geht doch, ey. Ja, viel Spaß. Geh noch weiter weg. Löwengürttel. Oh, der ist ja. Der macht, der macht, ja, geht auch, ja, auch Slow, tschüss. Der macht, glaub ich. Der macht Stärke, glaub ich, so. Ja. Erhöht Willenskraft, ja, verfix! Das heißt, wenn er tot ist, ist er mit einem Schaden? Das, ja. Genau, genau, genau. Oh mein, ewig, ja, sehr gefährlich. Noch einen. Okay. Eiweiß. Wir haben mehr als nur Eiweiß und ich glaub sechs Stück oder fünf. Eine Schabe. Ich will hier raus.